Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler. Ich möchte Sie zu unserem Fernseher Deutsch. Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler. Ich freue mich, dass Sie Deutsch lernen wollen und ich versichere Ihnen, dass ich Ihnen gleich fallen werde. Es wird Ihnen auch viel Spaß machen. Und heute machen wir zusammen Wiederholungen. Maudu al-ehtam, har da insha'Allah hekun muragha amma, amma sabak dirasatun. Heute bearbeiten wir die Verben, in har da insha'Allah hannet neun maudu al-verben und das riefel afail bis af amma und auch das Praetetum von den Verben haben und sein. Das Verben und sein, dass wir die Verben haben und sein haben. Abonnieren wir, die Verben haben. Das hat wir, wir haben. Wir wollen die Verben waren. Wir wollen die Verben und die Verben haben. Wir wollen die Verben haben. Wie können wir Ihre Verben haben? Zum Beispiel in den Verben haben wir heute Abend gehen. Das Verben gehen wir mit den Verben und die Verben haben. Natürlich gibt es eine sehr wichtige Frage, wie Verb sein, wie Verben sein, und es gibt einen kleinen Tatschriften, wie ich. Genau, wir können uns mit ihm sagen. Ich bin richtig, du bist, er, sie, es, ist, wir, sie, und sie groß sind, und ihr seid. Wenn wir aber in der nächsten Fälle haben, ich habe, du, hast, er, sie, es, genau, hat, wir, sie, und sie groß haben, ihr, genau, habt. Wir sehen uns in den nächsten Fällen, wir sehen uns in den nächsten Fällen, wir sehen uns in den Nen, und zwar im N und zwar in N, wir sehen uns in den N, wir sehen uns im Internet, wir sehen uns in den N und n und die N in N. Machin 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 Studies Gel Giovanni en, ich habe das Verbeer, das Verbeer, der ist ein Verbeer, das ist ein Verbeer. Ich habe die Auge mit allen anderen, die du, er, zi, es, wie sie und sie groß sind, ich habe das Verbeer, die ich mache. Ich habe das Verbeer, die ich habe. Ich habe das Verbeer mit dem Verbeer, die du, ich habe das Verbeer, Wir haben den Verben kennenzulernen, die wir haben dann in der Vögel gefunden, und das andere Art, in der Verben, die wir haben. Wie gesagt hat, aus dem Verben Alfark, die wir in der Vögel verben machen können, wie Verben, die in den Verben nachdem wir in der Vögel verben. Er. Er. Sie. Es. Er. Sie. Es. Er. Sie. Es. D. Er. Sie. Es. Sie und sie groß kaufen, wir kaufen, sie kaufen, und ihr kauft, ihr kauft. Ein anderes Beispiel, Verb spielen, spielen, Jani, richtig, Jalab, im Sarof ma ich, dabei ich spiele, ma du, genau, spielest, er, sie, es, richtig, spielt, wir, sie, und sie groß, spielen, und ihr, genau, spielt. Ein anderes Beispiel, Wohnen, Sarof wohnen, da war mir helfen, ich wohne, du, genau, wohnest, er, sie, es, sehr gut, wohnt, wir, sie, und sie groß, wohnen, und ihr wohnt. Ich hoffe, willkommen, ich, genau, ich komme, du, richtig, du kommst, er, sie, es, genau, kommt, wir, sie, und sie groß, sie kunne kommen, und ihr, genau, kommt. Я bacNobachCh 나오는 dye n, wabtdeây, u9,1900, die dr., reigel meisig verben, jani reigel meisig verben, ela ja die l.集 strategie reale moutezigma. BachChlights f IntE, u9,1900, w supported ai n cuceli, Numscaоду wie夏, die nach beş nach caulen, na ja na ja na ja na ja, die dr. Ne TA tree, nueva ek, bawt i a, babaof, wohnen, s, t, e, zi, s, t, wer, sie, und sie groß en, Das ist ein paar V-A-N und ein weiteres Wortem auf T . Nun schauen wir die beiden F-A-F-E-A-F-A-T wie Heisan . Wenn man sich auf die V-A-N anschaut, kann ich den Verben verbativen St-A-T wie Heisan . Oder bei S oder bei T-T-T. Wenn man sagt, wenn man die V-A-N anschaut, ist St-A-T oder S oder T-T. Ja, die Leute sehen die das T-T-T-T. Nun schauen wir auf die H-A-F-A-F-A-T. Ich heiße, ich heiße, nicht mehr da wie ein Deregier. Aber ich weiße, ich weiße. Gefahr, dass ich ein Deregier habe, Ich weiße, man muss einen Deregier haben, aber das Wort dem Verben vor dem Verben ist, aber jetzt den Verben ist er, wird es z. Oder Sie sind es. Sz oder Scherf z. also ist es auch ein Deregier. Mer, ben er es ist an dieser Stelle. Ich habe ein Deregier, h Cela hat ein Tickets. Ich kenne das Wort. Ich hab das S, ich weiße. Ich weich weiße. Ich weiße. Die Based ist der Verzeuge. Hier gibt's D, Z und Z. Wir haben die Verzeuge und die Verzeuge an ein ein. Hier steht ein an ein 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 Heist. Wenn die Verzeuge an ein 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 ein. Wenn wir die Verzeuge an ein 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 an und ein 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 zusammen verzeuge an ein An ein ein, dann gibt's auch ist auch ist auch ist, sondern schnitzend Buddy. Dann werden die Verzeuge an ein T in der Zeit. Dann begin die Verzeuge an ein Heist. Dann sehen wir D an ein Beispiel an ein Apfasiung. Ich reise, du reist. Du reist, er, sie, es reist, wir, sie und sie groß reisen und ihr genau reist. Sehen wir uns an die Fälle, die in der Nähe von SZ oder S oder Z, zum Beispiel ergänzen. Ergänzen, wenn wir in die Fälle enden, die in die Fälle enden, mit Z. Sehen wir uns an alle Verben, die mit SZ oder Z oder S, wir haben die Fälle, statt SZ, wir haben die Fälle, T, mit DU. Zum Beispiel, ich ergänze, du, richtig, ergänzt. Er, sie, es, genau, ergänzt. Wir, sie und sie groß, ergänzen. Und ihr, genau, ergänzt. Wir sehen uns an die Fälle, die in die Fälle, die in die Fälle enden. Wenn ich die in Fälle, was ich verbe, wie Arbeit, arbeiten, also ich verbe, ich schütze, die in die Fälle, die in Fälle, die in Fälle, die in Fälle, und mit T. Ein Witzel, ich schütze, das ist ein Witzel. Wir sehen uns an A, die in Fälle, die in Fälle, das ist ein Witzel. TEN also T oder D Arbeiten Dann machen wir das Wir werden das erste Wir werden das erste Wir werden das erste Ich Ich arbeite Du arbeitest Ich habe das erste E E Z Et Wir Sie En Et Ein anderes Beispiel Wir sehen zum Beispiel Ich Fall finden Wir werden das erste Stamm des Verbes Und Ich Ich finde Du Findest Es 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 Wie Sie Sie Find Und Mit Et Et Let's see Lernen Lernen Z Z Z Z En Die Stärken Verben Hier gibt es die Äu-A und die Äu-A und die Äu-A. Die Äu-A haben drei Äu-A. Die Äu-A und 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 die Äu-A. Das ist eigentlich nur mit Du und Air und Z. Das ist nicht so. Also, das heißt, dass wir mit dem ZEEZE BAUSu und dem Ssizedden ein. Das heißt, wir nehmen die Begrüche zu der Art und der Verbe. Wir haben die Wurst auf dem ZEEZE BAUS. wir fahren wollen. Haren gibt die W-E-A-R-O-L-E-Z-E-A-R-E. Wir fahren auf dem A-R-E-O-R-E-A-R-E. Wir fahren mit der A-R-E-R-E-A-R-E-R-E-Z-E-A-R-E-A-R-E-A-R. Zum Beispiel, ich fahre, aber du fährst, weil du fährst, er, sie, es, genau, fährt, wir, sie und sie groß fahren und ihr fahrt. Wir können hinweg weiter über die Nachbarn und sehen die Nachbarn verliefen, wo wir die Nachbarn vornehmen wollen. Zum Beispiel, schlafen Wie gesagt, wir werden die Nachbarn alles verbleiblen zu haben. Aber wir nehmen die Nachbarn von dem Buch und die Nachbarn an die Nachbarn an das Schlafen. So, wir können die Nachbarn an die Nachbarn an das Schlafen. schlafe, ma du genau, schläfest in der Art, die A um laut auch E, ma er sie es schläfet, ma wir sie und sie groß schlafen ma ihr richtig schlaft طيب, dann wir sprechen über die Magemorde der 2. die Magemorde der 2. die E, A z, N z, N z, N ww, bachst in e M ww, bachst in e M ww, nschuf ee, ta ghreli z, ma u na, kwe, na, kwe, na, kwe, na, d, ee, Z, N z, N z, N ww, a, ee, lech, a, ee, na, chrf ee, tchewel ee, 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 du, sie ist du, sie ist er, sie ist er, sie ist, ziet er, sie ist, ziet wir, sie und sie groß, z, N ww, ee, ziet طيب طيب, طيب, نشوف فعلة تانية زي leisen حرف l-E, ee, ee طبعا هنصرف الفعل بنحزف l-E, N ونبتدي نحط l-Standis verbis أصلي الفرب بتاعنا وبعد كده نبدأ فيه التصريف مع ee, leise نشوف مع do ee, ee, ee بقت do, leist do, leist ee, zi, es, leist ee, zi, es, leist ee, zi, es, leist بتاعنا نشوف مع بعض فعلين نشوف التغيير اللي حصل فيه زي ما قلنا ده من دمن الأفعال اللي اشتاكم فيها من الأفعال القوية نشوف ايه التغيير اللي بيحصل فيه ان مع do تحول حرف l-E ل-E وتقلب حرف l-H ل-M و-R و-Z و-S نفس التغيير مع do و-R و-Z و-S حرف l-E يحول ل-E و-H تحول إلى M وبعد كده بقيت التصريف عايدين نشوف كده النهايات نحطها ندفها مع ee name مع do nimst ee, zi, es nimt via zi و-Zi cos nimt يبقى التغيير عندنا مع do و-R و-Zi حرف l-E يحول ل-E وحرف l-H يحول ل-M زي معنا تو بقى du nimst و-R و-Zi و-S nimt طيب طيب نشوف فعل شبكا مع ee التصريف يكون ازاي بس اخو بالي ان مع do و-R و-Zi و-S حرف l-E يحول إلى i حرف l-E يحول إلى i نشوف النهايات ich spreche أما du شبكست ee zi es شبكست vi zi und zi groß شبكست ومع ee شبكست vi zi und zi groß es جبكست تعال نشوف مع بعض التصريف فعلي geben ich زي ما قلنا هنحزف l-E an وحرف l-E يحول إلى i نضيف النهايات بتاعتنا ich gebe du gibst زي ما قلنا حرف l-E مع d-R وال-Zi وال-S يحول إلى i du gibst er sie es gibt wir sie und sie groß geben ما ihr gibt und jetzt sehen wir zusammen dieses zina تعالوا بيننا بعض نشوف المشهد التالي ونشوف تصريف أفعال haben und sein sein ich bin du bist er sie es ist wir sind ihr seid wir sind sein ich war du warst er sie es war wir waren ihr wart sie waren haben ich habe du hast er sie es hat wir haben wir haben ihr habt sie haben 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 ich hatte du hattest er sie es hat wir hatten wir hatten hatten sie hatten hatten für verpräätät und die verben sein und haben im präsens und im präätätum ich war du bist du warst er sie es für präsens ist ist er sie es verpräätätum warsch wir verpräsens sind wir verpräätätum waren ihr verpräsens seid ihr verpräätätum wart sie und sie groß verpräsens sind sie und sie groß verpräätätum waren haben haben verpräsens ich habe du hast du hatte verpräätätum habe verpräätätum ich hatte du hast verpräsens verpräätätum du hattest er sie es verpräätätum hat er sie es verpräätätum hatte wir haben verpräätätum wir hatten ihr habt verpräätätum ihr hattet verpräätätum sie und sie groß haben verpräätätum sie und sie groß hatten viel verpräätätum er hat verpräätätum von haben und sein les er hat er hat er hat fest sie verpräätum er mit Gestern Deutsch natürlich. Ein anderes Beispiel. Hattest du gestern Biologie? Hattest du gestern Biologie? Nein, wir hatten Physik und Erdekunde. Wir hatten Erfahrungen schon an die Kälte gestern. Wählen Sie die richtige Antwort aus. Früher hatte meine Großmutter eine Katze. Früher hatte meine Großmutter eine Katze. Jetzt hat, hatte oder ist sie keine Katze. Jetzt, genau, überlesen wir den Verben für Mudara, aber hat sie keine Katze. Vorgestern habe, war oder hatte ich bei meiner Tante in Kassel. Vorgestern, genau, war ich bei meiner Tante in Kassel. Vorgestern war ich bei meiner Tante in Kassel. Früher haben, waren oder hatten wir eine kleine Wohnung, aber heute hatten, waren oder haben wir eine Villa. Genau, früher hatten wir eine kleine Wohnung, aber heute haben wir eine Villa. Gestern ist, war oder hat mein Geburtstag. Da waren wir gestern mit Olli Hotemodi, weil ich aber an denen richtig war. Gestern war mein Geburtstag. Letztes Jahr war, bin oder hatte ich in Alex. Letztes Jahr mit Olli Hotemodi war ich in Alex. Letzte Woche haben, waren oder hatten wir viel Arbeit. Letzte Woche, ich weiß nicht, dass wir die Fälle für Mudara hatten, genau, hatten wir viel Arbeit. Und der nächste Abschnitt in unserem Programm heute ist Alltagssituationen. Eine Ausbildung, jemand fragt, was arbeitest du, was brauchst du für den Beruf oder was sind sie vom Beruf? Eine Ausbildung, jemand fragt, sehr gut, was brauchst du für den Beruf? Was brauchst du für den Beruf? Game Designer, jemand fragt, was ist dein Traumberuf? Was möchtest du studieren oder hast du einen Job? Game Designer, jemand fragt, richtig, was ist dein Traumberuf? Was ist dein Traumberuf? Jemand fragt dich, was ist wichtig für den Beruf? Ein Job, technisches Wissen oder ein Traum? Jemand fragt dich, was ist wichtig für den Beruf? Eligerma Kuhn, genau, technisches Wissen. Das Rauchen ist verboten. Hier darf man nicht parken, hier darf man nicht rauchen, oder hier darf man nicht fotografieren. Das Rauchen ist verboten. Erfner Egeber? Genau, hier darf man nicht rauchen. Ein Freund fragt, warum muss ich hier mein Handy ausmachen? Hier darf man nicht parken, hier darf man nicht telefonieren, oder hier darf man Hunde nicht mitnehmen. Erfner Egeber? Ein Freund fragt, warum muss ich hier mein Handy ausmachen? Ausmachen, ja, nicht viel, mobile, bitte auch. Le, jeweil Egeber Antenne, richtig. Selber Unabhängig sagt, hier darf man nicht telefonieren. Telefonieren. Wir dürfen nicht, Jani, wir müssen nur. Es ist hier kalt. Dann mach doch das Fenster zu. Dann mach doch das Fenster auf, oder dann mach doch deine Hausaufgaben. Es ist hier kalt. Ja, das ist hier kalt. Ja, das ist hier kalt. Genau, dann mach doch das Fenster zu. Zumachen, Jani, Oglück. Jani, Oglück. El Schübek. Amma, il Gummle taniya aufmachen, jani, jäftach. Tama, misch jämpfäu, el Eftach, Schübek, el Gaubert. Ein Freund sagt, ich habe Durist. Jep, ah. Genau, wenn du es nicht besagt, dann nimm eine Flasche Wasser. Und das war für heute, liebe Schülerinnen und Schüler. Also dann auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal.